das kräftige so hoffentlich hat es jetzt beruhigt schon beim ping auf 2 auf 999 und ich hoffe es geht's also willkommen zu einem Let's Test oder Test Spiel sozusagen von Battlefield Bad Company wir zockten ich zock ich nehme es für 4-5 Minuten auf und dann werde ich dieses Spiel multipliert zu getter zocken mit Brause 22 äh Brause wenn ich ja so der ist mal weg hier und ja ich muss sagen dass ich heute Kack Noob bin in diesem Spiel wie man hier sehen kann und die Lautstärke sollte auch runtergestellt sein und ja Battlefield Bad Company schon ein ziemlich altes Spiel aber es ist ein wirklich guter Klassiker den zockt uns noch sehr viele Leute auf Multiplayer und es geht rauf da oh und jetzt da braucht jemand Medizin und wenn er stirbt habe ich ihn 4 da 3 literally ich bekomme include es ist sự müsse man ausgehen wo wo na wo nein So, jetzt haben wir schon einen guten Ping, der nicht zu hoch ist und wir jetzt gleich einen Messerkilfer suchen. Achso. Obwohl ich jetzt nicht irgendwie abgesnackt von jemandem, der drüben käme. Aber ich hoffe nicht. Ganz langsam. Ich bin weggezogen. Eine Medaille. Nehmen wir die Snapper. Nehmen wir uns wieder hier. Nein, okay. Ist hier irgendwas. Jetzt niemand kann nie schaden, finde ich. Oh. Oh. Der letzte Schuss war jetzt für die Katze, weil ich nicht mal gewusst habe, ob der Gegner ist. Ja, er hat Gegner ausgeschaltet. Und was ist noch ein Kopftreffer? Ah, was? Kampf. Achso, das war mein Spaß. Okay. Ja, ich bin noch... Ich könnte mich adden hier auf Battlefield. Ich heiße Browsy 1, 2, 3. Das geht mir auf Ausklärer und... Aufklärer und... Ähm... Ja. Könnte mich hier adden. Es wird ein Singleplayer... Let's Play kommen. Über die Story... Und ja. Ich bin noch Level 4, also schreck dich nicht, warum ich jetzt gerade so abkacke hier. Obwohl ich eigentlich viel besser bin, als manche anderen hier. Snappen. Hm. Snappen ist irgendwie... Ich glaube, in diesem Spiel viel cooler, als wir Combat Games haben. Sonst kann man dem sich für das Kackstreck spielen geworden. Weil es zu viele Hacker jetzt noch einmal hier sind. Oh. Zu spät war das. Ja, aber fahr mich. Ja, aber fahr mich. Kack noch. Es geht mir hier etwas snipern. Wie könnten wir denn hier snipern? Jemanden... Beim nächsten Mal sterben ist das Video zu Ende. Das kurze Testvideo, das heißt Let's Test. Battlefield Multiplayer. Und es läuft ziemlich gut. Bis auf ein paar Anfangssachen. Alter. Ich frage mich nur, wie Leute hier raufkommen. Ich weiß schon, weil... Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nicht verstehen. Bleib da stehen. Bleib. Ich bin so ein Kack-Nurbel-Snappen hier. Und das gebe ich auch gerne zu, dass ich in diesem Spiel... Der größte Lauer bin hier. Es ist... Oh. Eine Waffe... Nein, ich verziehe sie mit der Waffe. Ja, Mann. Ja, Mann. Und hierhin kämpft mit der Sniper. Oh, doch nicht mit der Sniper. Komm schon. Komm schon. Komm schon. 4, 2, 3. Die Flagge muss ich noch erobern. Das mache ich ganz alleine. Ja. Ich habe mich meine Basi auch noch erobert. Alle ganz alleine. Und das werde ich schon abgekriegt. Das war's mit dem Letzt-Test. Battlefield und es geht ziemlich flüssig. Bis dann.